Servus Leute und willkommen zum Trailer-Check des zweiten Trailers zu Hotel Transsilvanien 2. Sehr viele Zweien in diesem Satz, ich weiß. Okay. Oh, play. Seit Jahrhunderten haben Monster und Menschen in getrennten Welten gelebt. Bis ein Ort. Was ist das für ein Essen? Das beißt ja. Das ist unser Menü mit Biss. Ja! Alles veränderte. Entschuldigung. Zieh den Schläger im Treffmoment nach oben. Das geht einen netten Topspin. Hurra, mein Enkelsohn. Die Blutlinie der Draculas ist gesichert. Bist du sicher, er ist ein Vampir? Guck dir die Haare an, er könnte ein Mensch sein. Nur über meine Leiche. Danke, dass du auf Dennis aufpasst, während wir im Urlaub sind. Weißt du noch, wie Video-Chatten geht? Ja, ja. Mit dem Handy und den Knöpfen und der Trägerei. Und jetzt müssen wir dem Kleinen beibringen, wie man ein Monster wird. Blob, da ist kein Platz. Tut mir leid, Mann. Schlag dir das aus dem Kopf. Frank zeigt uns jetzt mal, wie er Menschen erschreckt. Frankenstein, du bist der Hammer. Dürfen wir ein Foto machen? Ja, dann. Eine kleine Selfie-Nummer? Echt jetzt. Haha. Blob, geht's dir gut da draußen? Haha. Ihm geht's gut. Er ist Blobby. Weißt du, wer den Kleinen hinkriegen würde? Fragt. Bitte töte mich nicht! Sprechendes Klopapier. Das ist was Neues. Sind wir endlich alle so weit? Haha. Wer ist bereit zu fliegen? Wie ein Vampir! Ich, ich. Ach, ich kann das nicht mit Ansehen. Und los geht's! Ähm, er fliegt nicht. Er wird. Das ist ein hoher Tor. Das ist ja das Gute. Wisst ihr was? Er fliegt doch nicht. Haha. Nochmal, nochmal! Tut mir leid, Blobby. Wir wollten die Wicke früher rufen. Brr, 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 brr. Okay, Jungs. Plan B. Ich spring auf. Ha! Gib Gas! Ist das euer Ernst? Hammer! Hammer! Ei, ei, ei. Okay, Hammer. Also, wow. Das ist lustig. Das ist Humor, wie ich ihn mir vorstelle. Und, ähm, ja. Also, wow. Ähm, wow. Also, ich finde, das wird ein gutes Sequel. Hotel Transylvania Teil 1 fand ich schon phänomenal gut. Der Humor ist einfach einzigartig. Erinnert ein bisschen an Minions. Nur, dass die Protagonisten, die halt hier für Stunk und, äh, den manch lustigen Moment sorgen, halt nicht komplett beschränkt sind, sondern nur ein bisschen beschränkt sind. Aber es funktioniert halt. Und jetzt eben mit Blob. Ich finde diese Szene, ich könnte sie wieder und wieder feiern. Das ist genial. Aber es kommen natürlich auch die ganzen anderen wieder zurück. Frankenstein natürlich. Ach, Frankenstein. Ja, Frankensteins Monster natürlich. Ähm, dann natürlich auch Kraft Dracula. Es geht auch wieder um Johnny und Mavis, die jetzt mit ihrem Sohn Dennis natürlich auch ein Kind in die Welt gesetzt haben, auf das Dracula natürlich sehr, sehr stolz sein will. Und da passt es ihm ganz gut, dass die beiden, also Mavis und Johnny, in Urlaub fahren. Und, ähm, er letztendlich als Opa auf die, äh, Ausgeburt der Hölle, auf den kleinen Vampir Dennis aufpassen darf. Und er möchte natürlich dann auch versuchen, ihn zu einem richtig stolzen Vampir zu erziehen. Dass das aber nicht so zu funktionieren scheint, wie Dracula es sich vorstellt. Das, äh, haben wir im Trailer gesehen. Dementsprechend holen sie sich die Hilfe von Vlad zu Hilfe. Das ist der Ur-Opa, also der Vater von, von Dracula selbst. Und der ist natürlich noch der Versiertere von allen. Und versuche dann natürlich auch, sich irgendwie damit in die Erzählung mit einzumischen. So ungefähr verstehe ich das aus dem Trailer heraus. Und ich bin schon gespannt. Ich werde mir diesen Film reinziehen. Er kommt am 15. Oktober in die deutschen Kinos. Und ich bin schon mehr als heiß drauf, weil das endlich mal wieder Humor ist. Mit ein bisschen Story im Hintergrund. Wer mal eine Kritik zu Minions gesehen hat, weiß, worauf ich hinaus will. Das wird wahrscheinlich wirklich ein sehr, sehr lustiger Film. Und, ähm, ich glaube, er könnte sogar Minions dann auch Konkurrenz machen. Ich freue mich auf Hotel Transsilvanien Teil 2. Bis zum nächsten Mal.